Und jetzt ist es soweit. Hier sind unsere heutigen Stargäster. Einen dicken Applaus für die Lunatics aus Berlin. Ich küsse euch, ich küsse euch. Hey Jungen. Na, setzt euch, setzt euch. Bitte, bitte. Bloß keine Entschuldigung, ich drängel mich mal gerade durch. Vielen Dank. So, wir müssen mal Platz machen für alle Leutchen hier. Ja, schön, dass ihr da seid. Ja, wir freuen uns auch. Meine Güte, ich habe euch schon lange nicht mehr gesehen. Auf jeden. Aber ich weiß dafür, wann genau das letzte Mal lagen wir alle noch am Strand, ne? Genau. Schön warm. Genau, die Waikiki Beach Party in Portugal. So, was ist denn seitdem bei euch geschehen so? Ja, erstmal haben wir mit Music Instructor, Get Freaky, haben wir da mitgewirkt. Es war super witzig, war super cool. Und auch mal irgendwie in die Breakdance Musik reinzuschnuppern. Ja, es war super geil. Und dann haben wir, wer das noch nicht weiß, unseren eigenen Song jetzt hier. Caravan of Love, right now. Yeehaw! Uh, die Lunatics mit Caravan of Love. Wo ihr da seid? Und dann, join the Caravan of Love. Stand up, stand up, stand up. Everybody take a stand. Join the Caravan of Love. Stand up, stand up, stand up. Und! 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 Das war's für heute. Hey, ich bin noch nicht alleine hier. Sorry, ich wollte euch nicht einfach einholzen. Er hat immer nur Baby, Baby gesagt und ich war schon ganz vereino von Baby, Baby. Das ist alles, was er kann. Deswegen habe ich so begeistert schon mal das Publikum klatschen lassen. Katharina, hat es dir denn gefallen? Ah, jetzt ist es soweit. Hier sind für euch die Ludedics mit Caravan of Love live bei Interaktiv. Ich muss sagen, sehr geiler Song, viel geiler als das Original. Auch wenn wir jetzt Leute dafür schlagen würden, aber ich finde es echt viel geiler. Richtig cool. Was macht ihr jetzt als nächstes? Wo seid ihr hin unterwegs? Überall, überall sind wir. Also jetzt fahren wir erstmal gleich, wenn ihr alle Lust habt, fahren wir jetzt direkt nach Düsseldorf. Also jetzt gleich ins Flugzeug, in den Bus. Und was ist denn Düsseldorf? Dieses NBC, dieser Kurs. Ah, das Ding. Nein, und dann auch, ja, einfach reinkommen. Also ihr seid in Düsseldorf unterwegs und überhaupt in der ganzen Umgebung. Also jetzt im Februar ist ganz schön viel wichtig gewartet. Also dann seid ihr dem Mix hoffentlich auch bald wieder bei Interaktiv. Ja, gerne, wenn ihr uns einlegt. Schaut rein. Das waren die Lunedics aus Berlin. Bis bald. Auf jeden Fall. Sagt mal Tschüss. Tschüss. Und wir sehen uns gleich wieder. Bleibt dran. Vielen Dank. Ach outros. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017